Ahoi Leute und herzlich willkommen zu, ja, endlich dem Video zu One Piece Film Red. Einige von euch werden sich jetzt denken, Bruder, da bist du aber ganz schön spät mit dran, aber ja Leute, wie ihr vielleicht ein bisschen daran seht, dass ich ein bisschen braun geworden bin, war ich im Urlaub und dementsprechend, ja, hatte ich keine Zeit dazu eine Review zu machen, aber da sehr viele von euch mich gefragt haben, Jo Kev, kannst du dich auch mal deine Meinung dazu sagen, deine Review dazu machen? Ja, hab ich mir natürlich gedacht, das lass ich mir nicht hingehen, denn so ein One Piece Film kommt ja auch nicht aller Tage, sondern nur aller Jahre und deswegen dachte ich mir, komm, machen wir das Ganze auch mal hier, vor allem, weil One Piece Film Red ja doch, wie soll ich das sagen, ein recht kontroverser Film geworden ist, zumindestens nachdem er in Deutschland auch rausgekommen ist, denn One Piece Film Red hat meiner Meinung nach im Vergleich zu vielen anderen One Piece Filmen ja nicht gerade den besten Ruf, sondern eher einen sehr, sehr gemischten Ruf. Also es gibt irgendwie die einen, die ihn total grandios und geil fanden, und es gibt die anderen, die ihn ja so okay fanden, so mittelmäßig fanden und dann gibt es die, die wirklich sagen, der Film war kacke. Wo ich mich selber eingruppiere bei diesem Film und sage, ja, hat mir das gefallen oder nicht und ja, wo ich auch so kleine Problemchen und Pluspunkte sehe, werde ich euch natürlich in diesem Video hier mitteilen. Ganz wichtig ist aber auch, ich werde hier nicht detailliert über den Inhalt des Filmes reden. Vieles, was ich hier sage, kann man auch schon in den Trailern entnehmen, dementsprechend ist hier keine mega große Spoiler-Gefahr vorhanden. Ich wollte es nur nochmal gesagt haben, auch wenn der Film natürlich schon jetzt draußen ist und jeder sich den Film im Kino angucken kann. Ja, Leute, One Piece Film Red, was soll ich euch sagen? Ein Film, auf den ich mich persönlich sehr gefreut habe. Als der angekündigt wurde, war es ja ganz, ganz groß auch schon angeprangert worden, yo, One Piece Film Red, Shanks mit drauf und du denkst dir, Bro, du hast so lange Shanks im Manga nicht gesehen, da kriegst du den im Film? Nice. Aber ich bin ja auch so ein skeptischer Mensch und habe mir natürlich sofort gedacht, nur weil Shanks auf dem Cover ist, heißt das nicht, dass Shanks auch im Film ist. Da kann ich schon mal sagen, okay, Shanks ist im Film und zwar mehrfach in Flashbacks und sogar in der Gegenwart, also zumindest was den Film angeht, in der Gegenwart ist Shanks vorhanden, was mich persönlich sehr gefreut hat. Ich muss sagen, dass mir hier auch irgendwie Uta als Antagonistin in diesem Film, Oh ja, Plottwist, man kann es eigentlich schon sich denken, beziehungsweise ich persönlich, für meinen Teil muss ich sagen, ich habe schon bevor der Film draußen war, habe ich irgendwie schon gedacht, irgendwie stinkt das ganze Ding mit Uta, die wird doch safe der Antagonist werden. Ich sollte recht behalten, in diesem Film ist sie, das wird aber auch eigentlich so nach 20 Minuten des Films schon klar, also das ist jetzt kein großer Plottwist oder sowas, sondern das ist eigentlich ein Ding, was relativ schnell offensichtlich wird, durch ihre penetranter Art in ihrer Haribo-Musikwelt zu leben. Und ja, storymäßig würde ich sogar sagen, ist One Piece Film Red somit einer der schwächsten One Piece Filme. Der Neuzeit One Piece Film heißt, wenn ich hier über Neuzeit One Piece Film rede, dann rede ich hier über Strong World, dann rede ich über Zed, dann rede ich über Gold und dann rede ich über Stampede. Und da ist tatsächlich für mich One Piece Film Red so storymäßig irgendwie wirklich schwach gewesen, denn ich finde, Uta hat als Antagonistin nicht so gut funktioniert. Sie war da, sie hat ihre Motivation gehabt, was ja auch im Laufe des Films immer mehr aufgerollt wurde, wie sie eigentlich so werden konnte, wie sie letzten Endes geworden ist. Aber sie hat irgendwie nie für mich die Bedrohung als großer Antagonist ausgestrahlt und das ist schon etwas, was ich sehr vermisst habe in diesem Film. Was ich nicht vermisst habe, ist zumindestens Musik, denn wir können, glaube ich, mal sagen, dass Ado, so heißt ja die Sängerin von Uta, also die Lieder gesungen hat, die hat, glaube ich, die beste Promo ihres Lebens gemacht mit diesem Film, denn die hat, glaube ich, gefühlt ihr ganzes aktuelles Album raussingen können in diesem One Piece Film. Ja, man muss dazu sagen, die Lieder waren wirklich auch abgestimmt auf das, was in der Handlung gerade passiert ist. Das ist sehr, sehr gut, wie ich persönlich finde. Nichtsdestotrotz waren ja auch viele der, ja, wie soll ich das sagen, viele der Reaktionen, viele der Meinungen, die man da so jetzt online liest, ja sehr verhalten, was die Musik angeht. Die Lieder an und für sich sind echt nice gewesen, sind schöne Lieder gewesen. Ich persönlich habe da nicht so das Riesenproblem mit gehabt, wie viele andere, denn es wurde ja auch im Vorhinein gesagt, in One Piece Film Red wird viel gesungen, das wird sehr Musical-mäßig und ja, für all diejenigen von euch, die sich dieses Video angucken und One Piece Film Red nicht gesehen haben, euch erwartet ein halbes Musical. Das ist ungelogen so, das ist kein typischer One Piece Film, sondern das ist ein halbes Musical nebenbei. Und das ist natürlich etwas Ungewohntes, gerade für One Piece Fans, wenn du da auf einmal, ja, so ein kleines Konzert mitten in diesem Film hast. Manchmal war es für mich sogar ein bisschen so, dass die Lieder mich aus dem Film herausgezogen haben. Dadurch eben, dass es sehr, sehr viele Filme, Filme sag ich schon, sehr, sehr viele Lieder gewesen sind, haben mich einige plötzlich dann auch gut rausgezogen. Manchmal waren es, ich glaube, einmal waren es sogar zwei direkt hintereinander, in einem ganz kurzen Abstand, wo ich mir gedacht habe, oh, come on, muss jetzt nicht unbedingt sein. Nichtsdestotrotz fand ich, hat es aber zu der Thematik des Filmes und natürlich auch zu Uta selbst gepasst, dass so oft gesungen wurde. Es war halt aber einfach irgendwie unvermeidbar, dass das auch einigen Leuten auf den Senkel gehen wird. Denn wenn du einen One Piece Film schaust, dann erwartest du einen One Piece Film und wenn du dann eine ordentliche Dröhnung an Musical, Konzert oder einfach Album-Promo bekommst, ja, ich muss das so böse sagen, Leute, denn ich glaube, es ist wirklich eine Win-Win-Situation gewesen für beide, für Addo, aber auch für Toei Animation beziehungsweise Shoeisha. Die haben hier eine gute Kollabo gemacht. Ja, die Addo hatten ultimative Promo für ihre Musik, für ihr Album bekommen und irgendwo wurden dann auch die Fans bedient, die gerne die Musik hören, die dann damit eingebaut wurde. Ich, wie gesagt, fand es nicht so dramatisch, wie viele andere es fanden, aber ich verstehe, wieso Leute das nicht ganz so pralle fanden. Schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare. Wie fandet ihr das? Ging euch die Musik auf den Sack? Sagt ihr, hey, die war okay, genau richtig? Oder sagt ihr vielleicht sogar, hey, das war zu wenig? Ich hätte am liebsten den ganzen Film über Musik gehört. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Ich bin da eher so in der mittleren Fraktion, die sogar in die Richtung geht, dass ich sage, ein bisschen weniger Gesinge hätte dem Film, glaube ich, gut getan. Der Film an und für sich hat aber auch mit den Charakteren was Cooles gemacht, allen voran natürlich Schenks. Der hat hier natürlich eine große Rolle eingenommen, auch wenn er diese Rolle erst, ja, in dem letzten Viertel dieses Filmes einnimmt. Also ich würde sagen, so die letzten 30 Minuten des Filmes fand ich unglaublich gut, wirklich, das muss ich sagen, die waren sehr, sehr gut. Und auch, muss man sagen, wie die Charaktere eingesetzt wurden, wie die Charaktere verschieden ihre Moves, ihre Aktionen gemacht haben, wie die zusammen interagiert haben. Und ich rede hier auch von den Schenks-Piraten, ja, von den Rothaar-Piraten rede ich hier auch. Nicht nur von der Crew von Ruffy, sondern gerade auch die Jungs von Schenks. Fand ich echt sehr, sehr nice eingesetzt. Und ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht, dass das den Film über schon so passiert wäre. Auch wenn viele schon gesagt haben, ey, wir haben mehr Schenks gekriegt, als wir jemals erwartet haben. Und da bin ich voll d'accord. Ich habe echt gedacht, wir kriegen 10 Minuten Schenks. Schenks lächelt mal, macht eine Attacke und dann ist es vorbei. Es ist nicht ganz so geworden, sondern es ist schon ein bisschen ausführlicher geworden. Was mir bei diesem Film aber leider, und das geht mir bei One-Piece-Filmen häufig so, immer wieder fehlt, ist dieser Bezug. Ja, dieser Bezug zum wirklichen Manga-Geschehen. Denn, das müssen wir einfach mal kurz festhalten, Uta ist auch im Manga vorgekommen. Also das ist ein Canon-Charakter, der auch im Manga existiert. Auch wenn sie nur in einem ganz kleinen Panel zu sehen war, in einem der letzten 20 Chapter, irgendwann war das, glaube ich. Sie ist da. Sie ist ein Canon-Charakter aus der One-Piece-Film. Und daher habe ich mir natürlich erhofft, dass eventuell Teile aus diesem Film auch Relevanz haben, etwas haben, wo wir uns daran festhalten können, wenn wir über diesen Charakter Uta oder vielleicht auch über Schenks reden. Ja, die Ernüchterung war leider genau das, was ich mir gedacht hatte. Ich werde es jetzt nicht spoilern, denn es wird relativ gegen Ende dieses Filmes offenbart. Diese ganze Thematik, das ganze Szenario rund um Schenks und Uta wird am Ende enthüllt. Und ich muss ehrlich sagen, ich war enttäuscht. Wirklich. Ich war enttäuscht, weil ich mir gedacht habe, oder trau dich doch mal. Trau dich doch mal, mach es doch mal. Auch wenn ich mir eigentlich zu 99,9% sicher war, das Oder das am Ende nicht machen wird. Und das Ganze, ich muss das Wort benutzen, weil sonst versteht ihr nicht, was ich vielleicht meine, also die, die es geschaut haben, das Oder das Ganze nicht nur als Bait benutzt. Aber es ist genauso gewesen. Oder hat es in gewisser Art und Weise als Bait benutzt. Und die ganze Beziehung zwischen Uta und Schenks und alles, was da drumherum passiert ist, fand ich sehr schade. Ich hätte mir gerne gewünscht, dass das Ganze wirklich manifestiert ist, sage ich jetzt mal. Sehr schade. Aber naja, da kann man nichts machen. Und so bleibt One Piece Film Red letzten Endes auch einfach nur ein One Piece Film, ein Popcorn-Kinofilm mit sehr viel Musik. Die Action gegen Ende hat mir wiederum sehr, sehr gut gefallen. Auch wenn hier, muss man sagen, es war wirklich ein Spoiler vorhanden für Anime-Only-Zuschauer. Also die aktuell, zum Stand, wo dieses Video rauskommt, die Leute, die nur in Anime schauen, wurden hier tatsächlich mit Manga-Content gespoilert. Wobei man auch sagen muss, man versteht das nicht unbedingt. Man erkennt das nicht unbedingt als Anime-Only. Das ist vielleicht die Begründung, weshalb sie sich auch dafür, dazu getraut haben, beziehungsweise sich gedacht haben, ach komm, das können wir da schon reinbringen. Ich denke, die meisten von euch wissen, auf welche Szene ich hier anspreche. Finde ich sehr schade irgendwo auch, dass sie es gemacht haben, für diejenigen, die dadurch gespoilert wurden, natürlich. Ich denke, es werden aber die wenigsten gewesen sein. Ich denke, die wenigsten werden damit ein Problem haben. Ich persönlich habe das natürlich als Manga-Leser, als Fanservice wahrgenommen. Und ja, wie ist mein Resümee zu diesem Film generell? One Piece Film Red reiht sich, wie schon zu Beginn dieses Videos gesagt, definitiv nicht in meiner Top-Riege, in meinen, ja, Top 5 One Piece Filme ein. Ja, ich würde sogar soweit sagen, dass ich manche One Piece Filme, die so Recap Filme waren, gerade das ganze Abenteuer in Alabaster irgendwie, dass ich da manche Recap Filme, tatsächlich, und das klingt hart, aber dass ich die, glaube ich, sogar mehr enjoyed habe, als Film Red. Ich fand Film Red hat halt sehr hohe Erwartungen aufgebracht. Man hat als Zuschauer auch im Vorfeld durch die ganze Promo, habe ich persönlich sehr hohe Erwartungen gehabt. Ich habe vielleicht auch irgendwo meine eigene falsche Zielsetzung gehabt, dass ich gedacht habe, dies oder jenes muss da jetzt unbedingt passieren. Und das Schlimme ist ja auch bei mir, um euch da mal ein bisschen in meine Gedankenwelt zu entführen, die Dinge, die ich gewollt habe, sind sogar passiert. Also ein Shanks hat deutlich mehr Screentime bekommen, als gedacht. Die Mitglieder aus Shanks Bande haben deutlich mehr Screentime gehabt, als gedacht. Wir haben Flashbacks mit Shanks gesehen. Das ist alles etwas gewesen, was vorgekommen ist. Aber alles drumherum in diesem Film, alles, was nicht mit Shanks zu tun hatte, war meh, war Filler-Content. Es war Hardcore-Filler-Content für mich und es war auch sehr, sehr vorhersehbar. Und das ist, das ist, glaube ich, mein größter Kritikpunkt an One Piece Film Red. Dieser Film ist in jeder Sekunde seines Seins vorhersehbar gewesen. Für mich persönlich. Alles, was passiert ist, habe ich mir gedacht. Ich habe den Film geschaut, mit drei Jungs noch zusammen und ich habe, während der Film lief, habe ich gesagt, gleich wird das passieren. Das ist das. Das wird das. Und hier, das wird, das und das wird damit zu tun haben. Und es ist alles genauso passiert, wie ich es mir gedacht habe. Das hat mir persönlich ein bisschen auch die Würze genommen, weil ich in keinem Moment irgendwie großartig überrascht gewesen bin, außer halt in diesen letzten 30 Minuten des Films. Sehr schade, wie ich persönlich finde, aber das ist dennoch und das ist wichtig, dass ich das nochmal sage. Es ist definitiv kein schlechter Film. Es ist Popcorn-Kino. Es ist ein Film, der fürs Kino gemacht ist, den ihr euch im Kino auch auf jeden Fall anschauen solltet, wenn ihr die Option habt oder auf einem schönen, großen Fernseher anschauen solltet, mit einer schönen Soundanlage. Es ist aber wie gesagt definitiv nicht der beste One-Piece-Film. Gerade wenn ich ihn mit Film-Set vergleiche, der meiner Meinung nach der beste One-Piece-Film ist, liegen da für mich schon Welten zwischen und das, obwohl die beiden Filme über 10 Jahre, glaube ich, auseinander liegen. Das soll schon was heißen. Aber Leute, jetzt seid ihr gefragt. Wie findet ihr bzw. fandet ihr One-Piece-Film-Red? Ist der Film euren Erwartungen gerecht geworden oder sagt ihr, ne, der Film war wirklich underwhelming, vielleicht hat euch auch die Musik einfach zu sehr gestört. Ich persönlich betrachte das Ganze ein bisschen distanziert. Die Musik hat mir den Film nicht quasi so so laff gemacht, sondern es war einfach das Gesamtgebilde dieses Films, was dafür gesorgt hat, dass ich persönlich nicht so begeistert war von diesem Film, wie es sicherlich viele andere gewesen sind. Schreibt mir eure Meinung, wie gesagt, unten in die Kommentarsektion. An dieser Stelle würde es mich immer freuen, wenn ihr das Video mit einem Daumen nach oben supportet, kostenlos abonniert. Ihr kennt das ganze Spielchen ja hier auf meinem Kanal. Und gerne auch einen Kommentar da lassen. Ihr wisst das, Leute. Für den Algorithmus, das hilft immer wieder. Und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle wie immer noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr dieses Video hier schaut. Ich sage tschau und tschüss und hoffe, wir sehen oder hören uns spätestens im nächsten Video wieder.